So, es ist Defi-Pokal morgen und wer ist natürlich wieder dabei? Saarbrücken. Und was ist natürlich bei Saarbrücken der Standard? Der Rasen ist komplett nass. Also, gleiches Prinzip, Saarbrücken wird höchstwahrscheinlich ins Finale kommen. Keine Ahnung, das letzte Mal, 2019, 20, hat Leverkusen sie gestoppt. Und was könnte im Finale passieren? Leverkusen-Saarbrücken. Wo wird das Spiel nicht stattfinden? In Saarbrücken. Also denke ich mal, no joke, dass Saarbrücken ins Finale kommen könnte. Außer Kaiserslautern schafft es, auch wenn der Erste heute nicht fit ist, so wie ich gesehen habe. Mal sehen, ob der morgen fit ist oder nicht. Ich denke mal nicht. Und ja, dann könnte Leverkusen gegen Saarbrücken im Finale sein. Und dann könnte eventuell entweder das ziemlich schwer für Leverkusen werden oder Leverkusen hat die komplett weg, die 2019, 20, wo sie 3-0 gewonnen haben. Auf jeden Fall Leverkusen hat Düsseldorf und das sollten die eigentlich hinkriegen. Wenn nicht, Digga, dann, oder die machen wieder 90 Minuten, klar, Digga. Ich glaube, Leverkusen kann ich verlieren.